Ihr seid auf der Suche nach günstigen FIFA 15 Ultimate Team Coins? Dann schaut bei unserem Sponsor vorbei, fifacoins.com. Mit unserem Corporate TZ bekommt ihr noch 5% Rabatt. Und herzlich willkommen bei TZ! Schu! Bech! Ja Leute, wir haben wieder einen Wager am Start. Und zwar geht es heute um einen Discard Wager. Machen wir zum ersten Mal. Und zwar geht es um den Spieler Brahimi, Man of the Match. Also bedeutet, wer verliert, muss den Spieler ablegen. Und wir spielen gegen FIFA Reigners, heißt er. Verlinken wir euch mal den Kanal in der Videobeschreibung. Der hat auch schon ein paar Mal gegen FIFA gezockt. Und hat ihn sogar einmal, den Stefan war es, abgezogen. Hat 1600 Abonnenten. Wie gesagt, schaut mal bei ihm vorbei. Oder würde ich sagen, laden wir ihn ein, dann sehen wir uns. Bis gleich. So Leute, die Einladung ist raus. Wir hatten ja gegen ihn schon mal gespielt und haben da übelst eine Klatsche kassiert, Leute. Also wir haben ja einiges gut zu machen. Oh. Gutes Team. Was ist denn, ist ein gutes Team, Alter? Der hat ein Penetrationsteam, Alter. Mit dem Ronaldo, Alter, Man of the Match. Großen, Alter. Second in vorm Neymar. Gib mir einen Sticker, ich habe kurz Angst. Vielleicht fahrt du erst mal den defensiven Part, oder? So Leute, das Spiel startet. Ronaldo geht hier gleich mal gut durch. Aber wir hatten ja auch damals direkt das Tor gemacht, ne? Da dachte man ja schon, wir sind voll da. Aber hier starten wir auch gut rein. Schön, hier von Neymar. Komm, beim letzten Wager war ja Neymar komplett, äh, außen vor, ne? Aber jetzt. Robben, super mit dem Spin da von ihm durchgegangen. Aber gut aufgepasst. So, komm, Neymar. Neymar Junior. Spielt noch rein auf Ronaldo. C. Tucker auch genannt. Schönes Doppelpassspiel hier von Dieder. Verlagert schön auf die rechte Seite. Zu Robben. Robben. Komm, was macht Robben jetzt hier? Der spielt auf Suarez. Der tankt sich hier gut durch. Suarez, der muss ihn reinlegen. Hier mit dem Berberspin geht er vorbei. Suarez, wo laufst du denn hin, Alter? Ist du da geraucht oder was, weil du deine Hände vom Tor rausläufst? Ich fresse, ich bin mega angespannt, Alter. Was ist denn? Ronaldo, der zieht den Kopf weg. Der verweigert, Alter. Ah, aufsides. So, jetzt schön auf Ronaldo. Ronaldo, St. Ronaldo, St. Allein aufs Tor. Ronaldo. Und Robben. Der geht hier lang, aber Rodriguez ist noch dran. Aber Robben hat ihn leicht abgesetzt. Jetzt zieht er ihn mit dem Foot-to-Foot rein. Aber... Ja, aber Paul. Für uns, oder? Der rennt mich doch um. Ach, du Scheiße. Achtung, guck mal, geht daneben rein. Was ich nicht einfach machen soll, sage ich. Der zieht noch das Tor. Oh, 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 oh. Alles konzentriert sich Richtung Torlinie. Okay, Mann, aber der hat auch gute... Ach, Scheiße, da hab ich da gesehen, da hinten. Okay, Mann, der bringt ein ganz... Wow, war das wichtig, ne? Ja, du hängst einfach. Du hängst und der schießt halt einfach drauf. Ronaldo, St. Von der, so viel Chance, ne? Leute, wir gehen 1-0 in Rückstand. Die Emotionen schreiten aus hier. Das ist doch lächerlich, Alter. Das ist schon wieder so, dass das schon wieder... So, komm. Ah! Er prallt ab wie ein Gummiball, ne? Flummi, Flummi, Gummiball. Ronaldo ist ein guter Mann. So, komm, jetzt mach was. Hoppen, hopp. Schön. Ja, aber dann. Gefühl im Fuß, Alter, wie ein Stahlträger, ne? Ein Stahlträger. Sachs-Hälfte Stahlträger hat mehr Gefühl als unsere Mannschaft, Alter. Das gibt's doch nicht, ne? Das Team wird verkauft danach. Können jetzt alle schon mal auf die Transfermärkte gehen. Bär, was bin Neymar. Schön. Ja. Ja, hol doch mal die Karte raus, Mann, du Glattkopf, du dreckiger Junge. Lionel, Messma. Der Stopp weiter, als er schießt, die Flachpfeil, ne? Das ist doch nicht normal, Leute. Aber da muss man auch mal an FIFA appellieren. Den Messi, dem verspringt doch nie so der Ball. Nie. Ja. Klopfe, ich bin. Ist das noch normal? Was ist denn bei uns los? Was ist denn bei uns los? Ich glaub, die suchen auf dem Rasen die Schnecke, Alter. Als es geregnet hat, sind sie auf der Suche. Das ist doch nicht normal. Drück! Jetzt komm ich durch die Kamera. Und unsere Leitung ist momentan groß genug, dass man durch kann. Aber was macht der? Siehst du das? Das ist unfassbar, das springt da selber hoch. Leute, wenn hier kein Momentum in dem verdreckten Spielchen wieder ist bei uns. Komm Messi, komm Messi, go Messi, go Messi, go Messi, go Messi, go Messi. Das ist ein Opfer, ne? Der erste Untertitel verlässt, Alter. Und mit dem Di. Und jetzt. Und. Hallo. Leute, Timo gibt mir schon wieder den Controller, sag ich, mit dem Rückstand rein. Das kann's nicht sein. Reiß dich jetzt mal am Riemen. All die Fresse sind bei Späß, Alter. Reiß dich am Riemen jetzt. Der Robben ist so fast, Leute. Das ist einfach ein lächerliches Hurespiel, Alter. Ich verkaufe es an, ich fange pro Evo zu zocken. Das läuft mehr, sag ich, Alter. Was ist mit dem Robben, Alter? Guten Morgen! Hast du auch schon gut geschlafen, Robben? War klar, war klar. Ey, ich, ich, ich. Komm jetzt. Ajo, mit dem seiner Linden. Ich, ich. Ey, ehrlich, das fuckt mich was ab. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Leute. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, wie es in mir brodelt. Entschuldigung, wenn jemand es gut tat. Warum? Leute, das Spiel raubt einem den letzten Nerv. Du kannst aber nicht zum Mann spielen. Es sieht halt immer so aus, als würde man so hektisch irgendwie da rumdrücken, aber du kannst nirgends zum Mann spielen. Das ist die eine, Ronaldo. Ronaldo hat eine Ballführung, Alter, wie Fahrrad. Siehst du, wie der stottert, Alter. Zum Glück kommt bald eine Xbox, Alter. Da kannst du die Kontrolle schon mal kaputt machen. Ja, Leute, ich muss doch wieder aufs Klo. Jetzt kann ich hier gleich allein anfangen haben gewechselt, ne? Oder werden wechseln. Oder es ist die Einwechslung gar nicht reingegangen, ne? Hier rüber. Oh, Meter. Es ist die Einwechslung gar nicht reingegangen. Jetzt aber. Ne, ich muss hier. So, Leute, wir wechseln ein. Suarez raus. Chicawe rein. Lacazette für Messi. Tja, jetzt wird der Spiel ausgewechselt nach Dieter. Ja, Messi, Alter, es war scheiße von dir, oder? Verpiss dich, Junge, Alter. Nimm deinen Spind und hau ab. Flanke einfach. Jetzt ein Lacazette drin, Alter. Der macht ja... Der holt wahrscheinlich... Der wird noch gegen Jörgsdamm ein Kopfballduell holen, Alter. So realistisch ist das Dreckspiel. Guck mal, jeder springt am Ball vorbei, ne? Da jucken mir die Ohren, Alter. Ja, klar. Ist klar, ist klar. Verdammt noch mal, es ist klar. Der kommt total aus dem Dritt, Alter, ne? Was ein Pass, Alter! Jetzt, die habe ich gemeint. Die habe ich gemeint. Und das sieht nach einer guten Täuschung aus. Aber dann, weißt du... Es gibt's doch nicht, Mann! Junge, das war halt einfach Kacke. Was war denn das Kacke? Das war einfach Kacke. Der Handy weg. Ich mach die Lichter an. Vielleicht ist das unser Virus. Warum war denn das Kacke, Alter? Das ist ein Ronaldo, der kann sich doch einfach mal durchdrücken. So, Junge, gleich ist das letzte Licht aufgegangen. Gleich ist das letzte Licht aufgegangen. Rennt an der Mitteln... Linien los. Aber bei dem ist ein Ronaldo rennt. Kummer, 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 Kummer. Ah, du bist ja ein bisschen schläger gegangen, oder? Ja, wo soll ich denn hinrennen? So, ich will ein Taxi... Alter, wie oft will der noch gucken? So, wenn ich mal ein Taxi rufe könnte für den anderen, die Spiele, Alter, ne? Wenn sie bitte in die Ecke fangen, rutschen. Buh! Das ist Messi nett auf die Reihe, Alter. Ja, Messi verknotet sich dabei. Drecks, EA, Drecks, EA, Drecks. Und Ronaldo hole ich auch noch raus, ne? Wohl, bring ich Wabo. Ich machte aber ganz stark, ne? Alter, aber jetzt wirst du penetriert, ne? Ja, wie schießt er den aber auch rein? Arschloch, Arschloch. Jetzt kommt die Spirale aufs Arschloch. Hau ab, Alter, wie rotzt der den rein? Es gibt schlechte Tage, wir sind super, aber es gibt Katastrophentag. Letzteres an unser Leere geht, er ist... Oh, jetzt! Oh, jetzt! Vom aller Fall der Obenei, ne? Wie ein Erfolgserlebnis. Zumindest mal den Anschluss... Ja, Leute, ne? Können wir jetzt gleich aufnehmen, wie wir hier einen Brahimi ablegen. Das ganze Team fliegt ja auch direkt raus, Alter, ne? Können eigentlich gerade alle ablegen, oder? Ja, Leute, mal wieder verloren, ne? Ist ja schon Standard mittlerweile bei uns hier. Jetzt geh ich hier schön auf Brahimi. And we say goodbye, bye, 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 bye. Verpiss dich, du Arschloch. Und zack! Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Geh doch zu Hause, bleib nicht hier. Discarded, weg ist er, Leute. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind draus. Unterstützt uns trotzdem, trotz Niederlage, oder? Genau. Haut rein, ciao. Ciao. Ciao.